Für alle die es noch nicht wissen, ich habe einen Discord. Kommt doch gerne drauf. Hier gibt es Infos, News, nette Leute und coole Themen. Da baue ich jetzt einfach mal noch eine hin. Brauche ich die denn da überhaupt? Ja, brauche ich, weil die ist nicht da unten, sondern hier oben. Da tausche ich nämlich einfach die Crate auf die Crate aus. Oh, da, warte mal. Muss ich die Crate austauschen, ohne einen Filter benutzen zu müssen? Ach, ich mache es jetzt so. Da kommt jetzt die Energes hin und gut. So, das muss jetzt im System drin sein, ne? Ja. Dein PC auch an. MC ist auch gestartet. Oh, Mann. Was wäre ich bloß, ohne meine hilfreichen... Ja. Hm. Jetzt kann er nämlich den Loy 233 da rein tun. Denn den brauchen wir für den nächsten Reaktor. Den Loy. Quatsch, ich muss ja hier gucken. Genau, der geht jetzt hier rein und der geht dann auch in den nächsten Reaktor rein. Das heißt, ich müsste jetzt natürlich erstmal einen Reaktor bauen. Und dann kann ich auch das und das und das und das und das und das hier einfach mal reintun. Ist ja scheißegal. Dann habe ich hier ein bisschen Zeug. Ob ich das nur in das oder in das rein tue, das ist ja jetzt erstmal egal. Das räumen wir dann schon wieder auf zum Bauen. Kunstsupport, wir helfen gerne weiter. Leider können wir Ihnen nicht helfen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Das klingt nach so einem typischen Nitrado-Support. So, jetzt machen wir nochmal eben folgendes. Bauen wir mal eben 20 Stück von. Dann da, weiß ich nicht, könnte ich auch noch mehr machen. Ich mache jetzt aber trotzdem nur ein. Und dann. Oha. Da haben wir vier Stück von. So, ey, vier Stück davon, 20 Stück davon. Das Interfazorze. Die ist rein tolerant. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Die hatte ich vorher auch schon. Das ist kein Schritt zurück, aber, ähm, auch kein Schritt vorwärts. So. Ich würde jetzt ganz gerne, weil ich die ja sowieso öfter brauche. Reaktor. Aber warte mal, ich mache das mal anders. Ich mache das mal. So. Fission Controller. Oh, da muss ich aber voll viele Rezepte einprogrammieren. Äh. Also, das Ding. Mach das Ding. Ich habe auch keinen Slot mehr frei. Na gut. So, ein bisschen teilen hier. Äh. So. Dann brauche ich eine für Advanced Platings. Weil die habe ich ja, glaube ich, noch nicht. Habe ich überhaupt welche für Basic Plating? Das finden wir einfach heraus, indem ich hier mal gucke. Ich habe Advanced, aber nicht Basic. Also, da brauche ich nochmal ein für Basic Plating. Das ist ja doof. Brauche ich wahrscheinlich noch was für Grafit später. Das lasse ich jetzt aber mal außen vor. So. Das kann hier dann mit rein. Quatsch. Brauche ich die Dinger noch? Darf mir dann auch was später. Und so weiter geht, brauche ich wirklich mal eine Pattern-Pattern. Aber das machen wir in Folge 1000. So. Das machen wir bald in Folge 1000. Ist ja nicht mehr lange hin. So. Hm. Was ist denn mit diesem Diburit? Ach so. Hm. Ja, wollen wir einen Elo-Firnays noch einrichten. Oder einen Elo-Smelter. Das wäre sogar noch leichter. Magnesium und Boron. Das kann ich hinkriegen. Ein Magnesium, zwei Boron. Ein Magnesium. Und zwei Boron. Ach so. Muss ich die auch haben, ne? Die tun wir in den Elo-Smelter. Der sich hier befindet. Der hat weniger. Dann nehmen wir den hier. Der macht drei Diburit. Das ist mir ein bisschen zu nah an Diorit, ehrlich gesagt. Kann ich nicht gut heißen. So. Das müsste ich ja eigentlich von hier aus machen. Von hier aus machen können. Aber Advanced Plating haben wir jetzt. Das haben wir. Das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Nuclear-Firnays. Das haben wir. Das weiß ich gar nicht. Muss ich jetzt auch noch gucken. Tough-Aloy. Öfen habe ich auf jeden Fall. Denke ich. Ja, habe ich. Relativ weit vorne schon. Ach so. Tough-Aloy wollte ich gucken, ne? Könnte ich eigentlich im Grunde einfach hier gucken. Sieht nicht so aus. Lithium und Ferroboron. Mach ich das überhaupt? Ja, ich mach das darüber. Ein Ferroboron, ein Lithium. Ferroboron, Lithium. So. Das heißt natürlich, für Ferroboron brauchen wir gleich auch noch was. Mach zwei Tough-Aloy. So. Mach ich trotzdem mal hier rein. Aber Ferroboron habe ich noch nicht, ne? Ne. Wie mach ich denn Ferroboron? Stahl und Boron. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Mach zwei Ferroboron. So. Ach so. Zwei Ferroboron. Die machen wir dann einfach an den anderen. Dann kommen die sich nicht in die Quere, wenn sie Tough-Aloy machen. Das ist doch schön. Ja. Und dann kann ich den auch jetzt machen, ne? Da sehen wir dann gleich, ob das so geht. Ohne Probleme. Wahrscheinlich wird es an Grafit scheitern. Ähm. So, dann. Brauchen wir allerdings noch... Zell. Das war die Reaktorzellen. Ja, ich hätte tatsächlich mehr machen müssen. Aber ist egal. Denn ich brauche jetzt noch Rezepte für... Kryo. Tiumkühler. Das heißt, ich mache erstmal Empty cooler. So, und damit heißt es, ich kann nochmal... Warte mal, ich mache eben ganz kurz. Drei. Drei. Also mache ich jetzt drei Interfaces. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, dreizehn. Wilhelm. Was machst du da? Was ist da? Zeig Papa, was da ist. Hm? Was ist da? Ah, eine Kuh. So. Man könnte meinen, hier ist mal was passiert. Ist es aber nicht. So. So, ich habe jetzt aber ein Rezept für die normalen Kühler drin, ne? Das haben wir gemacht. Muss ich nochmal eben ganz kurz... Mal ganz kurz kontrollieren, hier. Genau, Empty cooler habe ich drin. So. Jetzt brauche ich einen Kryotheum-Kühler. Kryotheum-Kühler. Und ich brauche den Lapis-Kühler. Was war hier dran, bitte? Aber jetzt sagt man nicht, ich brauche eins für Lapis-Blöcke. Das tue ich jetzt trotzdem mal nebenan. Brauche ich jetzt ein Rezept für Lapis-Blöcke? Oder habe ich schon eins? Ich habe eins. Krank. Grafit war noch so eine Sache, die ich gucken wollte, ne? Das ist ja voll beschissen da. Warte mal, wenn ich mir jetzt das... Ich mache einfach mal das. So. Dann kann ich das schrittweise hier mal auseinanderfriemeln. Da habe ich ein Rezept für. Was mir fehlt, ist aber Grafit-Staub. Und das mache ich, indem ich einfach Grafit-Barren zu Staub mache. Egal wo. Könnte in der Sack-Mail passieren. Mache ich jetzt auch einfach mal. Habe ich Grafit zufällig gerade da? Ja. So. Grafit das. Das dürfte da auch rauskommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da gehe ich jetzt einfach mal eiskalt von aus. Aber teste das gleich nochmal. Grafit. Jetzt brauche ich natürlich nur noch ein Rezept für Grafit selbst. Ein Rezept für Grafit selbst. Ich mache das ja aus Grafit-Bahnen. Und das machen wir, indem wir einfach... Nicht einfach Kohle in den Ofen tun? Wollte gerade schon sagen. Nein! 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 So, das kommt jetzt in die schmelting-Fuck. So. Ein Kohle... Macht ein Grafit. So, und zwar... Da ist schmelting-Fuck. Gut. Müsste eigentlich alles laufen. Fission Controller. Den bauen wir jetzt mal. Ähm. Okay, das war easy. Davon brauche ich jetzt... Jetzt muss ich mal überlegen. Warte mal. Jetzt muss ich mal all meine geistigen Fähigkeiten ganz kurz in Betracht ziehen. Und überlegen, wie groß dieser scheiß Reaktor nochmal war. Ähm. 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 Ich hatte mal einen Zettel. Aber wo ist dieser Zettel? Da ist der. Da, wo ich all meine wichtigen Notizen hab. Wenn der so weitergeht, bräuchte Attacked Reborn einfach ein Buch. Hier, ich hab noch eins frei. Moment. Kennt ihr diese Bücher hier? Ich find die total genial. Ich hab die für jeden Scheiß. Hier, diese Bücher hier. Schon mal gesehen bestimmt. Find ich total genial. Diese Dinger. Diese China-Kladden oder was sie das bezeichnen. Ja, China-Kladden. Ich find die total cool. Das zum Beispiel ist mein Passwortbuch. Hier sind alle meine Passwörter drin. So YouTube und PayPal und sowas. Das ist, äh, ja. Vielleicht lese ich da eines Tages mal drauf vor. Ähm. Find ich total genial, die Dinger. Ich habe sieben gefrühstückt. Gegründet. Gedrückt. Mann. Wie kann man denn sieben frühstücken? Das war also ein ganz normales Frühstück. Sieben. So, jetzt habe ich 152 drin. Ich brauche nur 150. Zwei lege ich wieder weg. Das ist die Crafting-Restmenge. Ähm. So, jetzt brauche ich davon 35. Das ging auch relativ schnell, aber auch weil alles da ist, ne? Er hat siebenmal gefrühstückt. Ach du Scheiße. So. Davon brauchen wir jetzt 8. Gut. Was jetzt interessant werden könnte, sind die Kryo. Davon brauche ich nämlich jetzt... Was habe ich mir denn damals da aufgeschrieben, Mann? Sind das jetzt 62 oder 74? Was habe ich mir dabei gedacht? Ich mache jetzt 74. Da stehen einfach zwei Zahlen und ich weiß nicht, warum. Mach ich in diese Etage einen rein. Ich könnte hier noch einen reinbuttern, aber will ich das? Ja, will ich. Den machen wir hier so hin. Red Bill getrunken. Ja, ich habe Red Bill getrunken. Ich habe ihn erst in den Mixer getan. Und dann habe ich ihn getrunken. Zwei, drei, vier, fünf. 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 Zwei, 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 vier, fünf. und dann weißt du was, machen wir das ja warum mach ich das denn mal, mach ich das hier schon ja machen wir hier, so das ist jetzt unser Reaktor 3 so und der Reaktor 3 kriegt gleich tolle Sachen so deswegen geht hier der Exportbus ran mit den Dingern so und dann wird das einfach zu denen ah warte mal eben ganz kurz machen wir so so, der hat dann einen Channel und da geht dann gleich das Loil rein oh das ging aber schnell so und dann kann ich das behebeln und benebeln soll ich hier nachher nur irgendwo Strom und dann geht's dann geht's komm 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 Vielen Dank.